Moin Leute, nochmal ganz kurz ein Hinweis, bevor das Video beginnt. Dieses Video ist auf Englisch, also ich habe auf Englisch gesprochen. Und das ist einfach aus dem Grund, weil mein Teamkollege nur Englisch gesprochen hat. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich das Ganze in der Zukunft ein bisschen öfters machen werde, weil ich noch mit Kollegen ein bisschen aufnehmen will. Und, naja, mein Kollege spricht Englisch in Amerika und sowas, macht doch Sinn. Ja, wollte ich noch kurz hinweisen. Ja, jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ja, jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, jetzt viel Spaß mit dem Video. Like right in front of us maybe? How about that? In 430 again I know I know he is Got him Zone, 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 zone These zombies maybe piss off Alright, two people coming in I know, I know, I know, I know Watch out, zone coming Just piss off zombies for real Oh my god Yep I know, I know Oh my god, are they actually serious Okay Kind of like this Yes We reached up five That's two points Oh shoot Now we are so screwed now Nice Don't say Top of the Okay Yeah See it, see it I was on top of the hill for a second I'm helping me with the zombies I'm trying not to But sorry They kind of Forced me to Yep Zone Holy shit That's a lot of zombies Alright One zombie less Two zombie less Two zombies less Not top three Watch out behind you I got a quickly heal Okay Copy, copy, copy Hit him for 40 Hit him for 40 Hit him for 40 Yep Oh boy Ow That was That was zone Oh my god Can they like maybe Zombies Piss off It is so annoying Zombies Can they like maybe disappear I need a heal I need a heal Yes I can I have to Oh my god That was so close I was literally About to get that Meku through But I had I was at 30 Nice It's only Oh my god Some piece This is They destroy everything You got it You got it Come on Oh god Oh my god There's only one person left No 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 Don't die to the zone Don't die to the zone Don't die to the zone Don't 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 you dare Die to the zone Oh my god Five kills Yeah That's what I'm talking about That's what That's what Davon Spreche ich Leute Cheated Mag Ein Riesiger Ort Sein Aber Der Pro Von Hilt Ist Einfach Dass Man Hier Extrem Bekommt Und Auch Ab und zu Man Nicht Ganz So Doof Ist Und Jetzt Mal Kurz Wett Spiel Wären Das wäre Auch Mal Ganz Nett Aber Das ist Na Neugier Cool Neh Uh Das wäre cool Oh Shit Was?! Oh, come on, Ola! Nein, 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 nein! All right, whew, whew!